Hallihallöchen und Willkommen. Wieso sag ich eigentlich immer sowas? Ich wollte mal einen anderen Willkommensgruß machen, aber ich sag immer Hallihallo. Warum auch immer, weiß ich nicht. Ja, willkommen zurück zu Part 4, wenn ich mich die irre. Ja, geht da wieder toll los. Ihr seht's schon. Wer ist das? Das bin ich. Und jetzt singen wir wieder. What? Nein, ich hab grad auch aufgenommen, nur dieses Stable-Sound ist zu laut gewesen. Aber jetzt mach ich's halt nochmal. Ist auch scheißegal, das seht jemand. Außer mich. Es geht darum, erstens mach ich diese Lautstärke jetzt immer so leise. Wo leise ist ja nicht, weil ich meine Mikrofon-Lautstärke nicht so hochgedreht habe. Also, das hab ich jetzt endlich kapiert. Ja, ich bin diesmal nicht mehr so dumm gewesen. Ich hab's endlich hingekriegt. Ja, ähm, was zum ersten Mal mit den 50 Abos. Die dauern jetzt noch länger, weil ich hab festgestellt oder hab bemerkt von meiner Mama und so her, dass der PC abgestürzt ist. Und es musste alles neu installiert werden. Es war alles vom Desktop. Ja, jetzt musste ich Bandicam und auch, ähm, Gimp und sowas. Und meine ganzen Gestaltigen Bilder, die ich bearbeitet hab. Die sind alle gelöscht. Alle Videos sind weg. Ja, das ist vorweg, ne? Also nicht, dass ihr euch jetzt wundert. Aber ich hab schon vier Pferde aufgenommen. Ne, ne, noch mehrere, aber vier Rook gelaunt schon mal. Zur Sicherheit. Und ja, ich hab, sobald ich hab gemerkt, da die Starslabel neue Website hat, hab ich mir aber gedacht, vielleicht kann ich mich nochmal wieder einloggen. Und es ging. Ich komm mich wieder in diesen Account rein. Das ist so geil. Ja, und ich hatte mal wieder viele Stargoins. Also wenn ihr jetzt 950 da hier von abrechnet, also Plus, merkt ihr, wie viel ist da. Also ich hab jetzt keinen Bock auf Mathe. Und, ja. Haben ja gleich den Tinker geholt. Und ich werde diesen, diesen Tinker auch auf, ähm, ähm, 50 Abo Special auch einnehmen. Weil ich wollte ihn ja auch ursprünglich auch mit einem anderen Account. Und, aber da ich den jetzt hier hab, mach ich nämlich die extra auf den anderen. Hier, auf diesen zweiten Account, nehme ich die Pferde, die ich nicht auf den anderen habe. Das sehr sind auch meine Account, wo auch alle meine Pferde also nicht wundern. Ja, jetzt denkt ihr, hm, wo sind das Anfangspferde? Mehr hast du nicht? Nein, ich hab noch welche. Ich glaub, ich hab noch drei auf der Insel. Ja, Friese und so. Und hier ist meine geliebte Skywalker. Da ich dachte, ich krieg den Account nie wieder, hab ich mir selber einfach nochmal einen anderen Account geholt. Aber jetzt, da ich den wieder hab, bin ich so happy. Warte, ich kann's euch zeigen. Ähm, ich werde auf jeden Fall, Wildshadow ist, ähm, ähnlich wie ein Anfangspferd, das bei, oh Gott, Beschreibung. Eistream war ja das Pferd, das ich verkauft hatte. Das ist dieses Paint Horse von, ja, von Mali. Kann ich euch noch, ich muss sagen, ich bin nicht, ähm, zwischenbei kann ich noch ein paar, hallo. Hallo. Ähm, was das angeht. Ähm, ja. Hab ich das jetzt mit 50 Abos gesagt, dass es jetzt länger dauert? Ich das jetzt? Sag ich's ihm nochmal. Ja, 50 Abospecial dauert länger, weil, ja doch, hab ich schon gesagt, dass PC abgestützt ist. Gott, bin ich vergesslich. Ja. Da die 50 eh, eh noch nicht erreicht sind, und, ja. Kann ich jetzt nicht so viel tun. was jetzt noch, ähm, muss ich noch irgendwas sagen? Ja, viele sagen, ja, ich könnte, genau, genau. Ich könnte jetzt diese Quests alle machen, aber erstens, hab ich überhaupt gar keinen Bock zu, weil ich das alles schon kenne, und es nervt mich einfach so derbe. man muss immer hin und her reiten, und klar, und, nee, das ist, und zum einen, das schaff ich nicht wie in der Schule. Ich hab gestern, war ja Montag, ja, war gestern Montag, ja. Und, ähm, da konnte ich nicht, weil, äh, zum einen bin ich nie alleine, meistens, nur jetzt. Nein, ich will doch gar nicht. Ähm, und zum anderen, ähm, geh deswegen in der Schule nicht. Ich musste gestern für Montag lernen, also für heute, ähm, weil wir da ein WBK-Test heute beschrieben haben. Und heute muss ich lernen für Kunst, und am Mittwoch muss ich lernen für Mathe, und am Donnerstag muss ich lernen für Physik und WBK-Bio. Ja, dann denke ich mir auch, ich hab nichts anderes Besseres zu tun, als meine Freizeit mit diesem Scheiß Lernen zu verbringen. Ich finde, diese Arbeit ist unmöglich. Sollte halt das laufen. Na gut, du knallst mir nicht. Ich wollte euch noch hier diesen kleinen Bug zeigen. Okay, Bug nicht, aber zum Glück. Man kann hier auf das rausfallen. Sollte aber jedem auch klar sein, nur nicht hier zu weit, sei sonst. Was, Blutsch? Das hier ist Ice-Stream. Wenn ich schon hier bin. Ich spoilere. Ja, ich hab sowieso gespürt. Ja, doch auf meinem Facebook. Nee, ich weiß gar nicht, wie ich mich auf meinem Facebook-Kreis war. Gieso? Ja, ich hab mal hier eine Fanpage. Nobola. Hm, nee. Ja, manchmal nervt mich, welche aus der Schule wegen, welchen, welchen, Profilbild ich hab. Ich hab der von meinem anderen Akon, der nicht aus Profilbild. Das interessiert mich eigentlich nicht mehr, nur weil ich Pferdespiel spiele. Denken, oh mein Gott, der spielt Pferdespiel. Ja, früher hab ich mich schon ein bisschen ärgern lassen, aber jetzt, ähm, interessiere mich die überhaupt nicht mehr. Ohne Scheiße, ich ignoriere die einfach und sagen die mal, es ist respektlos, wenn ich mich mit dem Leder, es interessiert mich sowas von nicht mehr, bei dem wir am Arsch vorbeigehen. Ja, ich kann wieder durch die Gegend. Ja, das wollte ich alles gesagt haben. Und, ja, was das Aufnehmen beginnend ist, wenn ich auch aufnehmen muss, ich es auch hochladen. Es dauert über so drei Stunden, bis die Scheiße endlich mal hochgelandet ist. Darum nehme ich auch nie HD. Noch einmal so, ne, nebenbei. Und am besten im kleinen Format gucken, dann sieht es irgendwie schärfer aus. Ja, dann, das war's eigentlich, was ich sagen wollte. Schau, hab ich auch noch. Ne, und meine Freunde sind weg. Ja, das ist irgendwie gut. Ähm, ja, dann würde ich mal sagen, bis bald. Und, ja, das war auch wieder so eine Info. Nicht, dass ihr euch irgendwie wundert oder so. Ähm, auch sorry, wegen, wenn das so ist. Ich hoffe, ihr habt Geduld mit den 50 Abos. Aber sie sind ja eh noch nicht da, von daher. Ähm, und ich hoffe natürlich, dass sie kommen, denn ihr seid alle cool. Bei jedem Abo freu ich mich immer. Oder auf eure Kommis, die sind auch mir sehr wert, wenn ein schöner Kommi kommt. Das ist immer so cool. Ja, dann würde ich mal sagen, bis bald. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Part oder halt uns das Table. Entweder auf diesem Bekont, also hier ist der Bekont Server 2 und bei dem anderen Server 3. Dann würde ich mal sagen, bis bald. Nö.